Oh nein. Aber wie geil das einfach gemacht ist hier so. Ich glaube wir werden den Teufel persönlich gleich kennenlernen. Hier ist nur die Frage, ob ich das möchte. Nein, nein, warum gibt es hier so viele Positionen? Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ah je, ah je, ah je, ah je, ah je, ah je. Okay, zwei Köpfe müssen wir wieder finden. Gut, das mag heißen, dass wir erstmal wahrscheinlich zwei große Arena Kämpfe haben werden. So, gut, da ist jetzt nichts Neues. Wo war denn, wo geht es denn jetzt hier weiter? Sag mal. Boah, wie cool. Boah, ist das geil. Alter Schwede, ist das cool gemacht. Das Level Design ist mal echt mega, ohne Scheiß. Ach hier. Dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Schwupps. Da ist auf jeden Fall eine Sauron-Kiste. Die müssen wir uns auf jeden Fall organisieren. Hier kommen wir auch rein. Hör auf damit! Habe ich dir gesagt. Hör auf! Es ist von... Achso, apropos Rune. Apropos Rune. Wir haben doch eine Rune schon wieder... Ach nee, doch nicht. Ich dachte, wir hätten... Mein Gott, was ist denn heute los? Irgendwie heute sehr, sehr merkwürdig. Ähm. Frosch im Hals. Ich kaufe jetzt einfach mal für die Rüstung hier einfach mal ein paar Sachen auf. Und Waffen. Warte mal, wir haben... Alter, 22 Waffenpunkte. Was? Alter, was? Boah, da können wir jetzt ordentlich shoppen gehen. So, warte mal. Ich habe da gar nicht nachgeguckt, die letzte Zeit. Oder wie? Oder wie darf ich das verstehen? Ja, natürlich. So, jetzt haben wir nur noch einen. So. Ich hoffe, das bringt es jetzt auch. Für Waffen, die ich fast gar nicht nutze. Aber wir können trotzdem mal die Super-Schrotflinte jetzt auch mal ausprobieren. Mit dem Sturmgewehr. Die ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ähm. Äh, bitte was? Oh! Ja, natürlich. Ihr seid so Arschlöcher. Wisst ihr das? Ich hasse diese Viecher. Ja, Gisela. No, haha. Hätte es nicht mit gerechnet, ne? Na, geh doch. Was? Was? War es das jetzt? Ist jetzt mal Ruhe, ihr Mann. Vor allem, wieso bleibe ich denn auf einem Punkt stehen? Normalerweise eigentlich ein Spiel. Oh, Gott sei Dank. So, können wir mal, glaube ich, jetzt auf Rüstung gehen. Das ist auch gesauern. So. Schon durch mit der Story gleich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Während er zwischen den Welten und in der Zeit wütete, stieß der Hellwalker auf den Armseligen, der ungenannt bleibt. Seiner Ketzerei aber an seinem bösen Ziegel festhielt. Er gab dem Schicksalsschlechter eine mächtige Rüstung aus den Feuern der Hölle. Undurchdringlich und unüberwindbar. Mit Schwert und Schild von vollkommener Härte machte sich der Schlechter daran, all jene zu vertreiben, die noch nicht durch seine raumlose Wildheit gebrochen waren. Äh, war es das schon? Okay. Dämonische Stimme. Warum ist die Musik denn noch an? Ist hier noch irgendwas im Arken? Da ist doch bestimmt irgendwo noch ein Gegner, oder? Da ist was auch klar. So, ciao. Hardrock. Halleluja. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Uh, Kettensäge-Munition. Sehr schön. Können wir Gisela gleich mal einen Besuch abstatten? Apropos. Höh, ich hab keine Mutti mehr. Ciao, meine Freunde. So, apropos, äh, mal schauen wegen... Ah, guck mal, da ist was mit Map. Aha, 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 aha. Also geradeaus runter und dann rechts. Da ist auch noch... Da müssen wir auch noch hin. Wie geil, das gedämpft ist hier. Die Sounds im Hintergrund. Jetzt hört man das? Voll geil. So, also geradeaus und dann rechts war das, ne? Schauen wir mal. Höh! Wo kommst du denn her, Gisela? Lass das! Dir fehlt da was. So, hier war das irgendwie, ne? Oh, guck mal. Hey, mein Bett. Eins zu eins nachgebaut. Oh. Weg mit dir aus dem Bild. Mh, ich nehme erstmal ein Blutbad. Ah, warte mal. Ciao. Ah, Mist, jetzt passiert wieder irgendwas, oder? War so klar. Da ist auch noch jemand in der Ecke, oder? Ja, ich hab's ja gewusst. So. Warte mal, da läuft da einer, oder? Oder bin ich jetzt... Na, natürlich, er wieder. Aber der sieht nichts, weil er blind ist. So. Ciao. Oh, hallo, mein Freund. Äh. So, ciao. So, weg mit dir. Achso, Granate werfen, ne? Ich vergesse das immer wieder. Entschuldig, bitte. Jawohl. So, erstmal direkt angreifen. Die ist grad gespawnt. Sofort zurück in die Hülle schicken. Die alte. So, bam. Weg mit dir. Aus dem Bild. Komm her, renn doch nicht weg, Mann. Du kriegst auch noch deinen Packen. Gisela, hallo. So. Das war's. Ich glaube, ja. Uh. Herausforderung bändet. Sehr schön. Ich glaube, wir haben eine Rune abgeschlossen. So. Da schauen wir doch direkt mal nach. Moment, Moment. Uh. Uh. Ja. Verbessert. Sehr schön. Was können wir denn noch machen? Äh. Du, 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 du. Du führst 25 einzigartige... Was steht da? Glory kills aus während... Was, 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 was? Während Windheit ausgerüstet ist. Okay. Ähm. Gute Ausrüstung sind wir gerade dabei. Und... Ansauger. Hm, hm, hm. Nimm 300... Was? Was steht da? Hinterlassene Gegenstände auf. Oh, das machen wir mal. So, dann sind wir schon mal wenigstens dabei. Hinterlassene Gegenstände sind doch wahrscheinlich von den, äh... Ach, guck mal an. Ein Hebel. Uh. 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 Okay, irgendwo hat sich jetzt irgendwas geöffnet. Da müssen wir gleich mal gucken. Ist auf jeden Fall ein altes Doom-Bonus-Level. Da freue ich mich sehr drauf. Ich frage mich nur gerade, wo das ist. Was ist das denn hier? Hm, möchte ich noch nicht... Möchte erst das Bonus-Level finden. Wo ist denn das? Warte mal. Ist es da? Ne, warte mal. Wo ist es denn jetzt? Oder ist es das da hinten? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall möchte ich... Wir müssen ja sowieso in den Raum, weil wir irgendwas hier drücken müssen gleich. Deswegen kann ich hier getrost einfach mal rausgehen. Und jetzt geht gleich zu. Oh, wie cool. Alter, wie geil. Oh, wie cool. Rüstung. Rüstung. Oh, wie geil. Gibt es noch irgendwas? Was, drücke R3? Hier auch? Nur da hinten? Okay, warte mal. Oh, wie geil. Cool. Mit Bonusraum. So sah früher Doom aus. Das ist so mega. Alter, wie cool. Na, 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 na. Früher. Heute. Früher. Heute. Alter, das ist so ein Unterschied, ne? Puh. So. Also, ich werde jetzt erstmal hier das Knöpfchen da hinten drücken. Wo war denn das? War das? Ne, hier war das, ne? Genau, hier. So. Ah ja, Karte aktualisiert. Genau, das war das ja. Dann nehmen wir den Kopf mit. Den Schädel. So, dann kommen wir da hinten wieder raus. Und dann schaue ich mal eben auf die Karte, auf die Mappe. Auf die Snappe Mappe. So, wir müssen... Geht's denn hier rechts rum? Ah, da kommen wir jetzt wahrscheinlich hin. In diesen großen... In den großen Arena. So. Zwei weitere Extras fehlen uns noch. Ah, guck mal. Das ist hier unten das Doom Bonus Level gewesen. Das hier. Mit dem kleinen, viereckigen Block. Das war der Bonusraum. Ah, ist ja krass. Und da unten sind noch die ganzen Geheimnisse. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch hin. Also gehen wir erstmal weiter. Schwupps. Ah ja. So, wir haben den gelben Schädel natürlich gefunden. Mal eben schauen. Ist hier noch irgendwas in dem Raum? Nein, ne? Okay. Das heißt, wir können den gelben Schädel einsetzen. Und dann öffnet sich auch wieder eine Tür. Mit einem... Was ist denn das? Ein Zahnrad? Ah, wir müssen die Uhr aufz... Ich glaube, wir müssen hier irgendwas in Gang setzen. Ich bin mir da gar nicht so sicher, äh... Ob das so eine gute Idee ist. Aber nun gut. Wir müssen ja die Welt retten. Oder den Mars. Besser gesagt. War eine richtige kleine Zeitreise. Ja, das stimmt. Boah, Vierfachschaden. Geil. Das ist, glaube ich, die Arena, ne? Genau. Da ist in der Mitte... Mhm, Vierfachschaden. Da hinten ist eine Rüstung. Ist schon mal gut zu wissen. Also... Ein neuer USB-Stick mit Pornos drauf. Ich würde sagen, dann rollen wir mal. Weg mit dir. Yeah! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hör auf damit. Na. Na. Ich komme. Guck mal hier. Du hast da was im Auge. Es war meine Faust. Höh. Oh. Dein stinkender Bruder ist auch schon wieder da. Der nach Mikey stinkt. Revenant. Wo bist du denn? Ach da. Guck mal hier. Yeah. Nike Airshu. Reintreten und sich wohlfühlen. Das war es doch noch nicht, oder? Hier war doch noch gerade noch einer, oder? Hallo? Aha. Ich habe es doch gesagt. So. Alter, wie viele Revenants hier kommen. Wollt ihr mich verarschen? Höh. Yeah. Chain Gun Party. Wuhu. Bäm. Weg mit dir. Du hast ein Fehler im System, Revenant. Oh, Giesel ist auch schon wieder am Start. Warte mal. Boah. Boah, ich liebe sie Glory Kills. Yeah. Survival. Na, wuuu. Na, oha, oha. Oha, Hilfe. Jetzt aber bist du fällig. Schlauch ab. Und los geht's. Warte mal. So. Bäm. Jetzt ist mal Ruhe im Karton. So. Meine Güte, war das eine Action jetzt gerade. Erstmal Munition sammeln. Bui, 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 bui. Bui. So. So, hier liegt Rüstung. Die fangen schon an zu beten im Hintergrund. Man hört's gerade. Ich weiß nicht, ob ihr's mitkriegt. Ich, ähm... Ich schaue gerade wegen dieser Rüstung, weil die ist ja irgendwo eine Rüstung, ne? Die soll angeblich... Äh, wo ist die Rüstung hin? Achso, die hab ich schon ein... Hä? Achso, das war ja eine normale Rüstung. Achso, ich dachte, das wär diese USB-Stick-Dingen. Dingens, bumm, bums, dingens. Ah, das war eine normale Rüstung. Okay. So. Äh, da, ach hier. Okay. So, warte mal. Raketenwerfer, Schrotflinte. Ich werde mal anstatt Raketenwerfer und Schrotflinte, werde ich mal Raketenwerfer und Gaussgewehr kommen. Ah, ja. Danke, mein Freund. Und wir sehen uns in der Hölle. Ha, ha. So. Also. 55 Schild und 200 Leben. Das passt doch. Das heißt für uns... Es geht weiter. Mit dem nächsten... Zahnrad. Oh gut, was passiert jetzt hier? Das war so klar. Das war sowas von klar. Komm, geh weg, sag ich dir. Mann, du stinkst nach Maggi. So, warte mal. Okay, bei denen könnte ich vielleicht doch ein anderes Gewehr oder andere Flinte nehmen. Wo kommst du denn her? Aua. Lass das. Kannst du mal deinem Bruder sagen, der soll auch aufhören? Ich hab gesagt, aufhören. Ich hab gesagt, aufhören. Hab ich gesagt. Lass, lass das. Hier, das mache ich mit deinem Bruder. Auch gleich. So, du brauchst nur noch ein Auge. Denn mit dem zweiten sieht man besser. Sagt man ja so schön, ne? Die sollte nicht stehen. Uah, der Unsichtbar ist auch da. Ich bräuchte ein bisschen Schild. Da war gerade ein Revenant. Schön, dass er da war. Oh, da hinter mir war auch irgendwas. Noch ein Revenant. Ich mach euch alle richtig kalt, bis es in der Buchse knallt. Und du bist auch so hässlich. Hässlich. Oh, geh weg. Oh. Ähm. Warte mal. Oh. Tö, 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 tö. Du bist hässlich wie die Nacht. Wer hätte das denn je gedacht? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Höh, ich hab wenig Leben. Jetzt nicht mehr. So. Ähm. Da ist doch noch irgendwas. Äh, ich hab's gewusst. Äh. Ciao. Mach's gut, mein Freund. Ich hab nichts Böses über deinen Bruder gesagt. Aber der ist hässlich. Der ist hässlich wie du. Und deswegen fährst du zur Hölle. Hab ich dir gesagt. Ich hab dir gesagt, du fährst zur Hölle. So. Oh, oh. Ja, wenn ich Munition... Ich weiß. Ich kann's grad nicht ändern. Was? Ist jetzt passiert. Apropos passiert. Ich schau mal eben auf die Karte. Okay. Ich glaub, wir müssen irgendwie nach unten kommen. Das sieht aus, als ob wir irgendwie nach unten fahren. Mit irgendetwas. Mit irgendwas. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht müssen wir nach unten gehen. Ich schau mal eben. Aha. Aha. Ja. Das sieht doch förmig danach aus. Dann würde ich sagen... Hinein in Action! Doch als der Titan fiel und die Armeen des Schicksals von Furcht übermannt wurden, legten die Dämonenpriester der Bluttempel eine Falle für den Schrecken der Hölle aus. Selbst von seinem Sieg über den Großen nicht gesättigt, suchte der Hellwalker in den Gräbern der Blutfeste nach neuen Opfern. Und geblendet von Eifer zog ihn der Köder an. Sie ließen den Tempel auf den Schicksalsschlechter herabstürzen und begruben ihn in dem verfluchten Sarkophag. Sein Zeichen wurde über der Krypta eingebrannt, als Warnung an die Hölle, dass der Schrecken dort niemals befreit werden darf. Und dort liegt der Schicksalsschlechter noch heute. In stiller Qual. Oh, das heißt wir werden auf den Schicksalsschlechter treffen. Wahrscheinlich bald. Ja, ich würde sagen wir machen hier eine Folgenpause für YouTube. Glitzkleis Päuschen und würde sagen, ja, bis in der nächsten Folge. Ciao!